Partei, 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 Partei! Ja, du sagst es, letzte Woche gegen Oberhausen 0 zu 0 gespielt, sehr, sehr gut gespielt, meiner Meinung nach. Ball wollte leider nicht über die Linie. Hinrunde ist vorbei. Ist die Torchancenverwertung unser einziges Hauptmanko? Ja, schon. Wenn man sich die ganzen Spiele mal anguckt, waren sehr viele Spiele dabei, wo wir viele Chancen hatten, die wir nicht genutzt haben. Es ist auf jeden Fall so ein Problem, das wir jetzt abgehakt haben und jetzt in die Rückrunde, dass das nicht mehr das Problem sein sollte, dass wir die Tore machen. Dann hoffen wir, dass wir morgen ein Tor mehr schießen als der Tusse Erntebrück. Und damit wir die drei Punkte hier behalten können, dank dir sehr und viel Glück morgen. Bitte.